Enderpern drüber? So, ich hab mal ein paar Kisten. Kann ich mir davon richtig mega geiles Schwert kaufen? Dann sterbe ich wieder. Ich hab mal ein paar Kisten gekauft, ne? Was gibt's denn hier so viele geile Schwerte? Eisenschwerter hab ich da schon. So, ja, mehr kannst du nicht kaufen. Alter, was sind das für Düpen bitte? Dann brauch ich mir mal TNT. Einmal. Zwei von denen stehen die ganze Zeit nur AFK da, oh man. Also doch, geh rüber! Ja, wenn du da drüber gehst, dann schießen die dich mit dem Bogen tot. Dann bist du tot. Dann bist du tot. Alter, das sieht sie. Die kann's auch nicht abschießen, die bauen alles. Die machen dann sonst nix mehr. Die lässt sich mit allem zusammen rüber. Ach man. Ey, dieses Scheiß, ey. Ey, das rieb mich auf. Locker, easy. Unser Singles wollen auf YouTube sein. Das wissen die bloß nicht. Achso, Leitern könnte ich mir auch mal mitnehmen, ne? 64. Und jetzt Blöcke. Er schießt mich nur auf. Blöcke. Äh, von links die gelben. Und Glas. Und Glas, schuldig auch. Aus den... Ja, die... Ne, diesen schon weg. Die da gerade aus, den schon weg. So, das brauch ich. Dann muss ich mal den mal hier raus machen. Ah! Jetzt versteh ich. Das ist gelb. Das ist blau. Jetzt fragt der, welcher Kanal. Den, 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 den. Dann schauen die sich auf deinen Kanal. What? 2500 Abonnenten. Denken sich jetzt so, du bist so ein 50 Abonnenten-Typ oder so. Denken die eh. Denken die eh. Voll fame hier. Ja eh, ist eh bei jedem so. Jetzt schauen die so vorbei. What? 2500 Abonnenten. Der hat's drauf. Es sind 42 Gold in der, in der, in der Energizeit. Äh, in der meinte. Achtung! Ich hab nur 15 bei mir. Ist das meine Energizeit? Ja, ich bin nur zu faul. Boah, Alter war's grad knapp. Einer ist fast down, alter. Wo denn, welcher? 2 Leute von, also 2 Leute von denen schießen immer mit Bogen. Einen habe ich jetzt, glaub ich, viermal getroffen. Und der andere geht immer weg, wenn ich ihn einmal treffe. Und dann wieder zu ragen, dann kommen wir wieder. Was hast du das? Was hast du das? Alter. Weiß jetzt mal. Ist noch jemand bei euch in der blauen Face? Dann geht's mal. Ich hab nur noch 102 Schüsse, ne? Ja, wir haben genug Gold. Wir haben 43 Gold oder so. Ja, mach mir mal einen besseren Bogen. Dann sind die schneller down. Ich hab's durchschütteln. Ja, dann mach ich's mal. Ich bin grad... Ich bin grad... Ja, ich bin grad auf dem Weg zu blau. Ja, okay, dann könnte ich's mal einen machen. Der Weg ist nicht gesichert. Aber ist mir egal. Ja, lass uns mal... Link die mal ab, drei. Komm von der Seite an nicht ran. Die gucken mich die ganze Zeit an. 19 Gold in der... in der Chest, aber mein... mein Bogen ist gleich alle, ne? Alle kaputt. Ja, ich baue dir 9. Ja! Ja! Wo kommt der Fall hier? Tief rein, ey. Ich renne aber... Das ist unser Boys. Da ist normal noch mehr Gold. Hallo! 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 Bei dir von Geld kannst du abballern. Ich spreche jetzt schon die ganze Zeit hier rum. Mir passiert eben nix. Sie mögen mich alle. Aua! Letzter. Ich hasse diese scheiß Schaden, Alter. Der von unten, ne? Oh, gleich wieder zu bauen. Wer... Garten doch! Hallo! Wir haben nen Stack Gold. Was ist los? Hier! Wo brauchst du? Wer steht denn da vor Rot auf dem großen Turm? Das ist auch nicht. Ich hab nen Stack Gold in meinem Invertrag. Hallo! Wer steht denn bei Rot vor... vor Rot auf dem großen Turm? Ja. Hallo! Sag Stefan. Okay, mein Bogen ist kaputt. Ja, warte ich. Enderchest ist... Könnt ihr die nicht mal ein bisschen länger beschäftigen, dass ich mir hier weiterkommen? Ja, die bauen ja gleich wieder zu, wenn man die Arme trifft. Markus Bogen ist für dich in der Enderchest. Da war ich, um mich hier grad nicht irgendwie weiterzubauen. Wäre ich gleich wieder runtergeballert von denen. Da liegen so viele Bögen drin, klaro. Ja, das ist ein alter von mich. Ich hab ja doch noch ein Level 3er gekauft. Mein Schi-Schatten! Nadel, mein Schi-Schatten! Danke. Ist da dein Name drauf? Hallo! Ja, ich bin da schon langs Zeit. Wer steht da? Wollen wir nicht die Roten mal rushen? Ja, gucken, was man sich alles für Gold kaufen kann. Ich bin noch grad dabei. Ich baue mich hier so schief rum, aber ich komme nicht weiter. Ich will grad mal gucken, was man alles für Gold kaufen kann. Ich treff nicht, ich bin voll der Noob im Bogen, ey. Und gleich wieder runtergehen. Ganz hinten rechts, Stefan. Oh, eine Stärkung kann man nicht kaufen. Hab ihn, Ammer. Jetzt geht er wieder. Alter, das ist so... Kann nacken sind das. Ja, ja, bringt ja nichts, wenn die sich nicht so verstecken, damit du die nicht abschießen kannst. Ich hab den einen aber auch nichts für gebracht. Hallo! Max, was meinst du, wollen wir mal die Bögen ablegen und mal rüber gehen? Nein, ich soll... sollen wir uns noch eine Stecke dran kaufen? Ach, Quatsch! Bringt man eine Enderperle mit einem Stecke dran? Die sind sehr gut equipped. Möchte ich nur mal so. Genau, Enderperle. Ja, wir haben alle eins. Ja, wo sind die? Ja, wir sind die. Können wir sich eigentlich mit jemandem gern? Äh, nö, die machen eh nix. Ich weiß nicht, die machen Hotelbau oder so. Soll ich eine Enderperle kaufen oder was für euch? Nee, Tanzkurs ist rot. Die sind bestimmt. Wer möchte jetzt einen Enderperle, wer möchte einen Stecke dran? Nein, das ist nicht. Unten? Was will wer jetzt? Ich. Ich. Was, was, ich? Ja! Enderperle, 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 Enderperle. inappropriate, noch nicht lahmend noch dran. Sondern keine Werf, ne?! онns doch کinpa immigration monet станов片 noch mehr Gold wir haben noch zehn Gold in der Pisten, ich hab kurz mehr Enderperleero auf gleich gemacht und gleich wieder zubauen wunderbar ich hab den Einer mitgegeben in der Kru also Geld hat die Geld ist auch so zu zweit um auf der Gelb holen der Falle kann man mit sich als einer sehen wo die beiden sind ich traue mich nicht weiterzubauen wenn sie die ganze Zeit herumlaufen der diesen richtigen mit dem Stabankommer und ich habe nachher so Richtung Mitte und wieder verstecken da ihr müsst nicht vorwarten wenn die wenn die so Richtung Seite gucken ich brauche mich gar nicht so hat er das voll Leben am Limit nirgendwo das ist die ich noch nicht in der Klaas da drüben oder da kann man auch nicht wirklich näher nicht gekauft aber ich bin gerade in die Base und gehe auf Klo ja ich soll hier verstecken mich an meiner Base eindeutig erkennen dann warte ich noch bevor ich da rüber gehe so also eine so um eine so um am Baum zwei so und die zünden sich gerade gegenseitig an sind die bescheuert? Ja die traulen sich gerade gegenseitig die nehmen sich das Leben Attacke Meinst du? Attacke der von baut ich mal ein bisschen weiter wenn es geht hm Scheiße ich habe keine Achse hier drinnen äh Spitzhacke meine ich ich geh mal schnell rüber ich hole mir schnell ein paar Spitzhacken und dann gehen wir erstmal rüber da jetzt reicht's weil die ganze Zeit nur mit dem Bogenschießen ist halt blöd er baut mir gerade den Weg frei der rote baut mir gerade den Weg frei ich kann die gleich Nein jetzt gucken die da hin mann warte kurz Alter ich bin instant hier voll Alter ich hole Spitzhacken einer steht hinterm Berg ne ich hab schon eine Spitzhacke ich muss einen Heilungsdruck holen Sonne hat man nicht verlangen Jo 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 in der Hand wir haben genug wir haben noch was ist denn das was ist bitte so viel das ist ein Mensch das ist ein TNT scharf aber ich hab noch ein paar ich kaufe jetzt einfach mal ein paar aber ich bin ein paar Schafe wir haben so viel Brunsch, warte mal ich hab jetzt mal 7 TNT Schafe ich baue mich hier grad dazu gehen hin, die können wir von der Seite rauflaufen lassen, aber ich bin noch nicht ganz klar wenn ich diese Schafe fokussieren doch ein anderes Thema außer uns, oder? ja, wenn die nicht weiterkommen, explodieren die auch bei uns das heißt, ich gehe jetzt erst mal ohne Grün scharfe also blau hat es mir definitiv einfacher gemacht hier ist eigentlich noch jemand hier oben drauf, Stefan? ne ne ok komm ey, ich mach dir jetzt ist Feierabend alter uch, zieht mir Schafe ich dachte mir grad, hä, wir rennten da also ich hab gerade so 21 Schafe bisher, ne? aber das ist gut, weil du sprengst wenigstens den Weg jetzt frei ja, sie machen den Weg frei du werf da mal ein paar rüber, genau brauchen wir noch mehr, ne? ich muss noch mehr haben, ich brauch noch mehr so immer gar nix, ne? können wir ja nix haben die Bögen, nö, ne? doch hallo, die die gelben haben sich da rüber oder hat sich jemand zu die gelben gebaut? hä? die gelben sind auf der anderen Insel lol ah ja, die, die sind da, die sind auf der blauen Insel oh äh, rush, was und fertig die normale Insel von den Russen, das werdet's was? die Hecken mhm unkreativ da wartest du wie die Hecken die Hecken die Hecken ich hab Stärke dran getrunken oh, nö oh, sag nicht, das sind so ne Bissköpfe, dann macht das ey, das ist doch doof warum? ich hab Stärke dran, und du hast mich mehr geschlagen wir brauchten sich da am besten da ganz schlecht einer mit Einschlag war ich down Leute hast du Equip angehabt? ja, hatte der die gelben sind nur auf der blauen Insel, ich weiß jaha, ich schick da mal gleich Schafe rüber ich hab so 41 Schafe bisher ach du scheiß, wir haben ja einen Weg dahin, ne? meinst du, die kriegen das mit, dass sie durch den Wasserfall durch müssen und dann auf unserem Weg kommen? ich geh mal auf die blauen Insel blauer ist gelb, ne? so, jetzt brauch ich noch was zu essen ja, deswegen meine ich ja wir haben ja da einen Weg längst gebaut nicht, dass die das peilen und da durchlaufen so, ich hab äh 48 Schafe erreicht die gelben haben sie jetzt grad gepeilt, dass ich einen Weg zu denen gebaut hab ich hab den Weg zu den ich hab den Weg zu den ich hab den Weg zu den gelben schon mal erschlossen greicht erstmal nach ganz blöde ist, bei mir ist hier gris, du brauchst keinen Weg erschließen wir haben ja einen Weg hin, ne? achso, zu den gelben achso, zu den gelben ich dachte, gelb wär jetzt bei blauen plopp nein, die können ja gar nicht zu uns das ist ja ein riesen Sprung da runter ich bin jetzt auf der blauen Insel so, ähm, machen wir jetzt mit Enderperle rüber, los wohin? zu blau? zu blau, ja ja, ich sneak hier grad durchm Wasserfall hoch, dann kommt mal rüber warum zu blau? ich geh auf den ganzen neuen Weg da bist du schon dauernd äh, nicht blau, rot mein ich, rot mein ich, rot oder holen wir uns die gelben dann holen wir uns die gelben dann holen wir uns was sind 28 Gold in der Enderperle, einer sollte immer wieder rausnehmen, ne? wenn einer einfach in der Base ist, oder so Hi Na komm raus Na komm raus Na komm raus Na komm raus ok, gelb hab mir hier zugemacht gelb ist aber unten drin sind die von gelb da? ja bei sich ja ok alle mal kurz kommen wir in die Mitte Achtung, Mitte ist unten genau sicher ich kann doch mich völlig überraschen fuck hast du anständige Rüstung an? nein ich hatte anständig, ich hab Eisenschwert gehabt was? was hast du gemacht? ja ich, ich hab gelb gerusht, ich würd nicht mal weiterkommen hast du Rüstung angehabt, hab ich gefragt wer ich? scheiße Stefan Lauf meine Schafe ja Power 2, Power 1 aber die können keinen Weg laufen, kann das sein? Waffen sind weg, ne? Stefan braucht nen Bogen? die Schafe sind echt weg, ne? Stefan Bogen? ihr könnt gelb nochmal rushen, ne? ich glaub der guckt grad auf mich weil ich die da die ganze Zeit in mir hier ja, das ist aber sehr komisch, du schließt da, alter ich hab zwei, zwei Bogen schon gib mal ein zurück hier ist ein Pfeil da baut einer die Brücke ab ja, beschossen ne? von der Seite kommen noch rauf ah, die schließt noch nicht ab zwei Pfeile ah, Geldball hat das nicht ne? die von mir wo ist mein Essen? ich hab kein Essen, da kann man wieder einer essen ja, ich mach dich ja, ich hab Essen dabei also, du hast noch nicht äh, leuchten äh, kann man jemand Rüstung für Krass auch noch kaufen? da mach ich grad schnell ich hab schon wieder vergessen, ich hab schon wieder vergessen ich hab die Rüstung also ja, ich hab die schon wieder das ist wichtig, wenn du zwei mit Bogen getroffen bist mit einem guten Bogen bist du tot ich bräuchte Blöcke, ich kann mal dann da rüber ach so, ach so, da, kauf die Blöcke kann ich nicht also Rüstung sollte ich mir vielleicht auch mal kaufen das wäre auch eine Idee, ne? oh, alter ich kann grad nicht mehr auf Gelb aufpassen, weil ich krieg grade ja, pass ich auf das Bär mich dann mit einem Bogen ich glaub, dass du keinen Rüstung hast 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 wir haben alle mit dabei einen guten Bogen so, ich geh jetzt Rüstung kaufen doch, was auch Rüstung für Chris denk, 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 denk aber warum ich wieder 8 Gold in meiner Mutter? Was ist los? boah, was machen die Roten eigentlich? denken die, dass unser Bogen irgendwann kaputt wird? da hat ein paar Schüsseln, wenn, dann warum, wenn, dann neun cool, ich lebe ja noch äh, ja dachte ich mir auch so, wo ich vom Club hier kam hä? dachte ich mir auch so, wo ich vom Club hier kam dachte ich mir auch so, wo ich mich wieder kam oh, bitte oh, locker oh man so Chris weh, wir waren immer vorne weh, wir waren immer vorne Rüstung ganz schön ja, der Typ, ja okay trifft mich schon wieder instant weil der dann im Scheiß nicht geht heheheheh wieder getroffen freilich heheheheh ja, das Problem ist, dass er auch aufgesehen also, dann würde ich auf Schafe rüberschicken ohne Rüstung ist Instant Down er hat noch 44 Schafe wichtig deinem Fall, du musst deinen Bogen länger spüren ja, die haben jetzt vor allem unseren Weg da kaputt gemacht wir, ich glaube wir holen jetzt hier langsam mal eine Enderperle und gehen mal zu den Blauen rüber, Alter ja, aber was willst du denn die ganze Zeit blauen rüber rüber? äh, bei den Roten man Blau ist schon tot ja doch ich bin grad von Rot nur weg, weil, weil Gabe gerusht hat auf einmal oh, ich werde geschossen Blau echt? wie trifft mich der, aber ich treffe ihn nicht ich kann nur durch den Spalt nicht durchschießen aber er kann schon ähm, was ist ähm, Sophia? Schafel, TNT Schafel ne, 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 ne die explodieren noch bei uns ja Mann, ich hab' zu viel mal von uns schon soll ich gehen jemanden eine Enderperle geben? ja, eine würde nicht viel bringen kauf bitte nicht einfach irgendwas was machen denn eigentlich die Roten? die bauen sich zu wir bauen sich jetzt völlig zu wir können uns eigentlich bei Rot rüberbauen oben runtergehen mit Stärketränken und wir sparen uns die Enderperlen und können uns mehr Stärketränke bauen ja, es ist besser Stärketränke zu kaufen als Enderperlen ja, wir können uns das so easy rüberbauen ja, wir können uns das so easy rüberbauen ich muss jetzt, äh, Stefan, hast du das? ich muss die Stellung? tschüss da kann man stehen hallo ich muss aufpassen auf die nicht, damit ihr uns jetzt waschen ich hab nie geplant bei den bei den vielen Kisten da alle warte doch mal auf mich hier, ich hab andere hinter dir hingelegt danke hat jemand noch Gold? äh, Energize in der Kiste in der Kiste oh äh ein paar Blöcke zum Schutz wärm praktisch äh hab ihn äh hinter euch liegt ein Speck Markus wer steht? Nagel, kannst du erstmal in den Schutzfeld gehen? Markus hinter dir ja äh 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 ich steh neben dir ach so so erstmal hier mal Platz machen wo sind eigentlich die Betten? ja hab ich schon eingebaut hinten im Wegen drin da hab ich die ganzen Kisten vorstehen wir sind bald bei denen oben drauf ach da, mein Schifffänger tut schon wieder weh ja vielleicht da runter und macht die gleich Platz dann soll ich dir noch ein paar Blöcke bringen? ja, wer neu ist ok ich hab nichts zu tun lol die roten Spawn bei denen selbst Schabe und ich schieße wie so dämlich sie sind ich werd erst ja ja ich hab ihn das war der beste Equipte von denen ja los komm rüber der jetzt ich werd's grad kaputt machen los jetzt oder rum uns gelb das ist nur noch einer locker easy den kann man später holen 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 ich hab ein Eisenschwert ich hab Enderperle ich hab Spitzhacke ich hab Essen ich hab nen Bogen ich hab alles ich fahr mich hier grad auf diese Nebeninsel ab wo wir dann von oben kommen können auch mal zwei Stärketränke warum brauchst du zwei Mauer weiter Mauer weiter Mauer nicht mehr weiter genau damit wir mal aufs Dach drauf kommen Marco stehen hier Jumpt einfach runter ne ich hab keinen Stärketrank ne ich hab keinen Stärketrank ne ich hab keinen Stärketrank aber wer braucht Stärketrank aber halt wir seid nicht hoch wir habt noch nicht hoch gebaut gejumpt AHHHHH MANN OAH was hat er denn meint was ich nicht so lecker Alter warum kann ich was noch nicht killen wo sind die roten bitte hin hast du eigentlich das Bett die hat sich eigentlich gemacht ja AAH DU FICKER das war meine Idee wo ist das rote Team äh wir dürfen die Mitte nicht verlieren ist noch einer in der Mitte nö Alter ist auch keiner ja zwei von Rotleben noch ja zwei von Rotleben noch gleich ist doch voll einer ja die sind hier unten beim Wasserfall irgendwo Alter die haben sogar einen Bogen da nehm ich mal mit Alter was haben die hier bitte alles gemacht das sind immer im Wasserfall ich bin aber you go ich mach mir mal ein bisschen hehehe ich hab nämlich nur die schlechteste die sind hier irgendwo unten so meine Karte verriert das hehehe hehehe Wasserfall Wasserfall sind die beim Ding so da drüben sind grünen sind die hinten beim Wasserfall ja der eine ist der eine ist ganz oben drauf der Sniperd und was ein Dach ist der oder was ja also Wasserfall sehe ich jetzt keinen ja da ist da irgendwo einer ne der mir hat jetzt angezeigt leidens auch oben auf dem Baum der Club sehr protection er kann lobern ich bin ich hab mich bé in Tom die metals wenn er ist ist dass also ich bin ganz oben der gelbe Scham das war ja da war ein Falle machen wo stehen die Bilder in den Falle gelandet irgendwo von Romo meine Eisenstadt weggeschmissen die sind ganz oben auf dem Berg nie das keiner der ist irgendwo hier der ist irgendwo unter mir Daniel, der gelbe steht einfach bei den AFK Daniel, hast du jetzt gerade eine Enderperle verschwendet um hier rüber zu kommen nein, aber das war klar du bist direkt neben mir gelandet alter ich war halben Herz Kaspar eingejagt Kaspar den Rest habe ich mich rüber gebaut, jetzt habe ich keinen Bock mehr gehabt, jetzt wollte ich mich rüber porten das heißt der ist hat sich eingebaut bei welchen? der ist genau unter mir war unter mir, jetzt bin ich weggegangen der gelbe steht noch immer bei denen und baut da gucken wir von außerdem wo der ist, hallo ich bunt das ist ja gut wenn etwas Schaden bekommt ich bin mir gerade so wie Max zuerst, nämlich, dass ich nicht töten also unter der Insel so auch nicht also ich sehe zumindest, doch, doch mittig, mittig von der Insel, einer läuft zu unserer Base, einer läuft zu unserer Base was bin ich? der ist mittig, der ist im mittleren Wasserfall, was? der ist im mittleren Wasserfall hingekommen, ich schätze, warte mal ich habe mal gesagt, dass du, ich sehe das nicht, wir haben aber eine Karte größer gemacht, ich sehe das nicht im mittleren Wasserfall, im mittleren Wasserfall ich sage doch, da ist einer ich habe ihn gerade gesehen dann töte du Linder so Junge, jetzt haben wir dich gesehen jetzt kommen wir dich zu holen ich habe das Gefühl, die haben sich hier irgendwo eingebaut hier unten, hier unten ist er runter da soll ich mal TNT hier planten hast ihn? ich habe ihn jawohl ja, einer lebt noch ich wusste es, die haben sich irgendwo eingebaut ja, ein gelber oder? das ist der andere? ach, schau mal eine rote lebt auch noch ja, ich baue hier gerade frei, damit ich halt sehe, ob hier irgendwo einer ist ne das war irgendwie klar, damit sich die einen gebaut haben ja, einer muss doch dann irgendwo, wie kann der denn? du lenk mal den gelben ab, oder? ohh, ob du nicht gesagt was? jaja, der ist ganz oben Nee, der ist nicht ganz oben Ding ach du, der war im oben Sprengen, der tüte mich ach du, ach du, ach du echt, was ich weiß ah, super okay wie ich wusste, die haben sich einfach beide eingebaut, beide eingebaut fliehen aber wir haben sie okay hm Weißt du, die sind wir schon dann, ey, brauchst du dich drüber und wir gehen aufhören wieder rüber steffen den typen da ablenkt ok steffen wir es darüber wenn du jetzt nicht tötest du sagst du ja baue ich auch richtig mit der fahrung und haben die hier eingebaut ja die haben ein hotel gebaut man wenn die töten noch warum lebe ich noch weil du bei unserem team bist deswegen lebst du noch weil du bei unserem team bist deswegen lebst du noch nein nein das ist voll der hacker weil wir noch ein bett haben die hätten nicht und er hat die schaffung überstehen ist und es kommt ein probleme bei der wahl ab ich bin ich mache noch gar nicht nur einmal mit der wunderschönen bei einer reihe ergebung nur er ist ein appell ab schuldigung dies gegen die wand geflogen ja ich bin wegen der schuldigung war keine absichtsschuldigung ich wollte ihn auf die insel schmeißen Ja, das geht nicht, wenn einer vor dir steht. Wo ist das ganze Gold hin? Wer das alles verballert? Ich bin noch runtergefallen, Alter. Leck mich doch mal, Mann. Ich werde mich verarschen, wer das ganze Gold verballert. Ich weiß es, ich weiß es nicht. Ich habe kein Gold genug. Ich habe kein Gold genug. Ich habe noch sieben Gold. Ich habe wieder fünf Gold. Ich war bei uns. Ich stehe noch vor dem, ne? Leute, Leute, Leute. Ich bin auch gleich dauernd. Dann fach ab, ey. Wie, du bist auch gleich dauernd. Das geht doch gar nicht. Ja, doch. Der trifft mich zweimal, ich bin dauernd. Das ist der Hacken-Tot. Aber ich triffe den auch so auf. Was hat der? Ach, scheiße. Der hat Rückstoß. Kauf mir bitte mal noch ein Pfeil mit. Ein Pfeil. Er hat alles. In die Ender-Chess bitte einen Pfeil. Der hat Rückstoß, der Junge. Lade, ich lege dir Gold rein. Der hat keine Rückschuße. Hallo. Klar. Max. Nee, der hat nur Rückschuße. Max, ich lege dir Gold rein, bringen wir bitte ein Pfeil mit. Ich habe eine Glasflasche. Wie oft muss ich den noch treffen? Der trinkt dann dauernd anscheinend Heile-Healing oder so. Ja, der trinkt auch die ganze Zeit Heile-Healing oder so. Der hat ja auch genug Zeit. Scheißdreck, man. Diese scheiß Ender-Palace, kotzt mir an. Ich wollte eigentlich links auf die Insel rauf bei denen. Mann. Der Bogen liegt drin. Ja, Bogen habe ich. Also halt ein Zweierbogen. Ja, habe ich. Danke. Mann, reg mich das jetzt auf, Alter. Wie viel Heile-Healing will der haben? Er hat genug, da brauchst du mal Eisen für. Ich habe den... Das ist doch der Leine, der hat eigentlich gewartet. Der hat die ganze Zeit gesammelt. Ja. Ja, trotzdem bringt ihn das nicht. Wir müssen irgendwie jetzt schauen, dass wir rüberkommen. Ja, glaube der unvorsichtig. Ey, lauf einfach. Ich habe noch ein paar Sophia ist dabei. Ich habe auch noch Sophia ist. Nee, habe ich nicht mehr, ich bin gerade gestorben. Also noch 44 Sophia ist. Ja, es tut mir leid, Mann. Entschuldigung. Kling noch. Zeig mal ein paar Sophia schmeißen. Ich sehe nichts. Hallo, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Jetzt liegen mehr drinne. Ich will Sophia schmeißen. Stell doch nicht vor mir. Ja, das geht nicht. Wir brauchen erst mal einen Weg. Achso. Oh. Habe ich ja nicht gesehen. Lass mich einfach da schießen, okay? Ja. Also kommen wir auch nicht vorwärts. Der geht gerade hoch. Eine Spitzhacke? Ich habe keine Spitzhacke. Das ist gleich zerbomben. Weg, 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 weg. Swag? Was war das? Er hat irgendwas geworfen. Ja, so ein Dingsbumsseil. Granate oder was? Ja, wenn die waren? Nein. Den lauf ich von der Seite. Lenk den mal ab. Der kann ja nicht auf alles gucken, ne? Ich bring nochmal zwei Enderperlen mit. Ich komme vom Blau aus rüber gleich. Ihr braucht Stärketränke. Wie oft noch? Zwei Stärketränke. Zwei Enderperlen brauchen wir. Was willst du mit Enderperlen? Enderperlen braucht kein Mensch. Ja, zum Rüberkommen. Ja, wir kommen rüber. Bitte, mach Stärketränke. Ja, dann kannst du auch laufen. Ja, wie denn? Lauf nicht. Der hat alles kaputt gemacht. Das schießt uns runter. Ich war ja beinahe drüben, bis mich Christian runtergeschubst hat. Lauft. Nein, ihr müsst, ihr müsst alle, ihr müsst alle von vorne kommen. Einer muss sich rumschleichen, damit er nicht, damit er denkt, alle kommen von vorne. Der kann nicht auf zwei sein gleichzeitig brauchen. Ja, es geht nur schlecht, weil wenn alle jetzt vorne runterfallen, wäre das auch blöd. Ja, trotzdem. Dann schleichen Sie ja zwei an. Mach Stärketränke, eine Appelle für mich. Der sieht uns, der sieht uns, passen wir noch. Stärketränke, komm. Ihr müsst ihn vorne beschäftigen, sonst klappt das nicht. Das geht aber nicht. Ich kann ihn nicht beschäftigen, weil ich bin schneller downer als du denkst. Genau. Hast du eine Enderperle? Wie viel Schaffer habe ich eigentlich gespawnt? Nein, ich meine Chris. Chris, hast du eine Enderperle vermisst? Ähm, schau mal bitte, wie viel Gold damit da liegt. Nein. In der Kiste sind aber zehn Gold. Ja, die verwende ich ja gerade schon. Nein, das sind zehn Gold. Nein, da sind noch zehn Gold. Echt? Okay, ich brauche noch, ich brauche noch, äh, noch vier. Ja, vier, warte. Er holt sich gerade selber zu, ne? Hier. Mach die das jetzt bitte da ein, oder? Der macht die ganze Zeit den Weg ab. Was hab ich da jetzt gar nicht weggeschmissen? Hä? Brauch mal einen Bogen oder so. Äh. Bogen. Ja, ich kann die die ganze Zeit abweilern. Achso, warte mal was Special ist. Kann man die TNT-Schafe ausschmeißen, oder müssen die laufen? Die müssen laufen. Die müssen laufen. Rechts. Die müssen laufen. Dorne, kommst du kurz in die Mitte? Der ist rechts, der macht irgendwas. Der holt sich, der kommt gerade ein. Dorne? Achso, warte. Ja. Warte, ich komm gleich. Ja, mach's in die Enderchess. Ja, ich komm eh rüber. Oh. Ja, mach's in die Enderchess, geht schneller. Versuch's. Warte, ich komm. Aha, Wölbe-Tele-Gonate, so hätte man richtig werfen. Noob, 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 noob. Ich bin jetzt abgekassert von euch, ne? Dorne, Dorne. Dorne. Yes. Scheiße. Warte bitte auf mich, warte bitte auf mich. Ich bin jetzt. Aber bitte. Aber bitte, bitte. Ich hab ja ein Problem, ne? Ich bin ja abgekassert von euch, ne? Äh, ich schmeiß mir bitte noch Spitzhacken in die Enderchess. Nein, ich hab keine Blöcke mehr. Scheiße. Mach's bitte, warte. Spitzhacken, ein Stick, Blöcke. Nein. Bin ein bisschen, äh, eingesperrt. Ich hab auch kein Bogen in die Abzugballern. Ey, gibt auf. Ernsthaft? Nö, du nr. Ach, der, glaube ich nicht. Glaube ich nicht, das ist nur ein billiger Trick. Ja, wenn aufgeben soll, soll lieben. Oh, ich hab mein Eis in den Spitzhacken weggeschmissen. Liegt ne Spitzhacken drin. Oh, er baut sich zu mir. Oh, er ist tot. Echt? Ich hab ihn runtergeschossen. Alter, was hier alles liegt, der hat wirklich aufgegeben, glaube ich. Super Sniper. Er hat sich kaputt gemacht. Er bleibt stehen. Oder? Sonder mein Weg. Ja. Geh weg da. Markus. Ist tot. Der Respawn, ja. Ich will nochmal verscharfen auf den Naschen. Jetzt. Ja, Mann. Ich hab das Gefühl bekommen. 55 Minuten. Gut, dann, danke schön fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in dem nächsten Part. Bis dahin. Ciao. Na, das nimmt ja schon fast lol.